Was muss ich denn für den Kleinen ausgeben, was für den Großen? Ich will jetzt nur die zwei Extreme. Also der Kleine mit dem Rundum-Sorglos-Paket, da sind sie schon ab 19.000 Euro dabei. Lotus 8, je nachdem welche Abdeckung dann auch drauf soll, ist man irgendwo im Bereich von einem normalen Schwimmbad. Also hier gerne auf uns zukommen für ein persönliches Angebot, aber ich sage so 40.000 Euro. Insgesamt ist eine grobe Richtlinie, aber nur je nach Ausstattung und der Lotus 8 ist auch ganz neu aus dem Programm.